Hey, hallo, super, Volksstadion Show! Liebe VolksTV-Freunde, liebe Zuschauer, ja, unglaublich aber wahr, wir feiern in diesem Jahr im November unseren sechsten Geburtstag bei unserem Volksstadion. Und wir haben uns etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn wir sind jetzt umgezogen mit unserem Studio nach Bad Tölz. Und da werden wir am 14. und 15. November neue Sendungen aufzeichnen. Der Luki Putz, die Martina und unser Spitzbohr Markus werden gemeinsam mit mir viele tolle Künstler aus Volks-, Obergreiner- und Schlagermusik für Sie zu Hause präsentieren. Kommt bitte vorbei am 14. und 15. November nach Bad Tölz zur Volksstadion TV-Aufzeichnung. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns dann endlich wieder zum Volksstadion. Verbringen Sie zwei wundervolle musikalische Tage mit uns in Bad Tölz. Am 14. und 15. November seien Sie Teil der Volksstadion-Aufnahmesession, bei der mehr als 20 beliebte Bands und Künstler auftreten werden. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und profitieren Sie von unseren Hotelangeboten. Rufen Sie uns unter 00800 300 220 an oder senden Sie eine E-Mail an reservierung.bad-tölz.de Buche Sie Ihr Ticket und Ihr Hotelzimmer noch heute, denn die Anzahl der verfügbaren Plätze ist äußerst begrenzt.